Es ist notwendig, dass ihr euch auf den Moment des Stromausfalls vorbereitet, es ist dringend notwendig, dass ihr es richtig macht, die Sonne bedroht die Erde. Botschaft des heiligen Erzenges Michael an Lust der Maria am 21. Oktober 2024 Kinder unseres Königs und Herrn Jesus Christus Ich komme ihr im Namen der heiligen Dreifaltigkeit, um euch das göttliche Wort zu bringen. Als Anführer der himmlischen Armeen befinden wir uns hier im Kampf gegen den bösen Unterdrücker der Seelen. Die menschlichen Geschöpfe wissen nichts von unserem kampfverprobten Kampf gegen das Böse und von unserem ständigen Schutz für jeden Einzelnen von euch. Alle werden von dem Dämon und seinen Legionen ernsthaft dazu verleitet, 2 Petr, 2 zu 9, sich von der heiligen Dreifaltigkeit und unserer Königin und Mutter und von ihren Verpflichtungen gegenüber dem Vaterhaus abzuwenden, ohne darüber zu meditieren, dass sie dem Moment der Warnung nahe sind und sich selbst prüfen werden, wobei sie unvorstellbare Schmerzen erleiden werden, weil sie Handlungen begangen haben, die dem göttlichen Willen zu widerlaufen, ungehorsam waren und dem Ego den ersten Platz eingeräumt haben. Sie werden bereuen, wie sehr sie der Welt und nicht der heiligen Dreifaltigkeit den Vorzug gegeben haben. Ihr widersteht der Versuchung, vergleiche Jagd 1, 12-17, 1. Kor 10,13, mit der eucharistischen Speise, dem Gebet und der Demut, aber andere von euch widerstehen der Versuchung nicht und fallen, wenn der Teufel den schwächsten Punkt berührt, den jedes menschliche Wesen besitzt, und ihr fallt und gebt dem Teufel den Triumph. Ich rufe euch auf, euch zu vereinen, damit ihr eine Mauer des Schutzes bildet, damit der Teufel euch nicht zu Boden führen kann. Kinder unseres Königs und Herrn Jesus Christus Ihr versteht nicht, dass ihr euch in der Zeit befindet, in der sich die Erfüllung der angekündigten Offenbarungen entfaltet. Einige werden durch euer Opfer gemildert, andere sind nicht von der Antwort des Menschen abhängig, denn der Mensch selbst ist die Ursache für den Schmerz der Menschheit. Familien werden vom Teufel angegriffen, man in der Glaube ist ein Auslöser in Familien, ebenso wie Ungehorsam und das Ego, dem ihr zur Beute werdet, die Eitelkeit selbst ergreift von euch Besitz und hindert euch daran, an die Gegenwart zu denken, und die Zukunft kommt wie ein Dieb in der Nacht. Kinder unseres Königs und Herrn Jesus Christus Das Wasser schreitet weiter voran und ist eine Geißel, wo immer es hinkommt, es zieht das Leid stark an, mit großen Schmerzen. Die angekündigten Erdbeben kommen eines nach dem anderen. Ich rufe euch auf, nicht zu verzweifeln, ihr seid durch die göttliche Ordnung geschützt. Es ist notwendig, dass ihr euch auf den Moment des Stromausfalls vorbereitet, es ist dringend notwendig, dass ihr es richtig macht, die Sonne bedroht die Erde. Die Geißel des Krieges ist unausweichlich, sie schreitet heimlich und lautlos voran, sie wird wie ein Riese von einem Moment zum anderen springen, ohne dass man es erwartet, sie wird den Ozean überqueren und großen Schmerz verursachen. Kinder unseres Königs und Herrn Jesus Christus, schreit zu unserer Königin und Mutter, sie steht vor euch, um euch die Hand zu reichen. Bietet Kinder unseres Königs und Herrn Jesus Christus, betet, die Krankheit kam und schreitet voran. Bietet Kinder unseres Königs und Herrn Jesus Christus, betet für die ganze Menschheit, sie braucht ihn. Bietet Kinder unseres Königs und Herrn Jesus Christus, betet, betet unseren König und Herrn Jesus Christus an, betet ihn im Geist und in der Wahrheit an, er ist der König der Herrlichkeit, vor ihm beugt sich jedes Knie. Bietet Kinder unseres Königs und Herrn Jesus Christus an, seid jeden Augenblick gläubiger, geistiger und weniger weltlich. Betet Kinder unseres Königs und Herrn Jesus Christus, bewahrt den Glauben, unser Schutz bleibt bei jedem Einzelnen, haltet das Herz rein, seid Geschöpfe des Guten und verstärkt das Licht des göttlichen Geistes in euch. Wenn es kein von Menschen gemachtes Licht mehr gibt, werdet ihr in der Lage sein, das göttliche Licht zu besitzen. Bewahrt den Frieden. Kinder unserer Königin und Mutter bewahrt im Gebet, VBL, Pfarrer, 6, 17-18, Ites, 5, 16-18, Wiedergutmachung und Einheit. Kinder unseres Königs und Herrn Jesus Christus, betet ihn im Geist und in der Wahrheit an. Ich segne euch. Heiliger Erzende Michael A.V.E. Maria, du Reinste, ohne Sünde empfangen A.V.E. Maria, du Reinste, ohne Sünde empfangen A.V.E. Maria, du Reinste, ohne Sünde empfangen Kommentar von Luz de Maria Brüder Der heilige Erzende Michael erteilt uns eine weitere große Lektion, er definiert für uns das Panorama des Augenblicks, in dem wir leben. Er betont uns meisterhaft, dass wir unsere Herzen reinhalten müssen. Wir sind nur noch wenige Schritte von der Erleuchtung unseres Gewissens entfernt. Wir wissen, wie wir handeln müssen, damit diese Erleuchtung uns nicht dem Schmerz zufügt, den wir noch nie zuvor erlebt haben. Brüder, wir müssen die Taten und Handlungen, die wir im Leben begangen haben, wirklich bereuen und uns auf dem Schlachtfeld der Bekehrung halten. Es ist nicht so, dass wir nach der Beichte die Warnung nicht mehr erleben werden, das ist nicht so, aber wir müssen beichten und uns in der Bereitschaft halten, zu leben und uns zu bemühen, nicht auf dem Boden zu bleiben, sondern unsere Fehler zu erkennen und den Weg der Umkehr wieder aufzunehmen. Möge die Warnung uns finden, die wir kämpfen und nicht untätig bleiben. Außerdem erklärt uns der heilige Erzengel Michael den Kampf des Teufels gegen uns und gegen die Familie, die er mit all seinen Tücken umstürzen will. Aber gleichzeitig gibt uns der heilige Erzengel Michael die Hinweise, wie die Familie auf ihren Füßen stehen kann, indem sie den Glauben, die Liebe, das Gebet des Rosenkranzes und die Ernährung durch die heilige Eucharistie bewahrt. Der heilige Erzengel Michael ruft uns auf, uns vorzubereiten, wie ich es zuvor im Geiste betont habe, aber auch mit dem, was jeder Einzelne kann, indem er Lebensmittel, Medikamente und das Unentbehrliche für jede Familie oder jeden Bruder aufbewahrt, ohne zu vergessen, dass derjenige, der sich nicht mit Lebensmitteln und anderem vorbereiten kann, das göttliche Wort hat, dass ihm die Engel des Himmels beistehen werden. Wir sind das Volk Gottes, das gegen unser eigenes Ego kämpft, wenn es so sehr wächst, dass es den göttlichen Willen überschatten will. Aber unser Herr Jesus Christus ist unendlich barmherzig und sagt uns durch den heiligen Michael, dass uns die Dunkelheit keine Angst oder Verzweiflung bereiten wird, wenn wir mit dem heiligen Geist vereint sind, denn das Licht des heiligen Geistes wird uns immer das innere Licht spüren lassen, nicht wie in den drei Tagen der Finsternis, sondern das Licht, das alle Dunkelheit durchdringt, das göttliche Licht. Brüder, das Vaterhaus gibt uns immer Sicherheit in jeder Situation, die auf die ganze Menschheit zukommt. Es ist die göttliche Liebe, die wir menschlichen Geschöpfe nicht verstehen, weil sie aus wahrer Liebe, aus göttlicher Liebe kommt. Es ist die unendliche Barmherzigkeit, die wir nicht verstehen, weil die menschliche Kreatur sie nicht besitzt, bis die Fülle des heiligen Geistes in uns wohnt. Es ist dieser Eifer, dieser Durst nach Seelen, der uns inmitten von allem spüren lässt, dass wir nicht allein sind, dass Gott mit uns ist, dass die Gottesmutter mit uns ist und dass der heilige Erzenne Michael mit seinen Legionen uns beschützt. Lasst uns den Glauben bewahren, Brüder, dass es nur einen Gott gibt, der allmächtig, allwissend und allgegenwärtig ist und dass es keinen größeren Gott gibt. Lasst uns beten. Brüder, und unseren Gott und Herrn anbeten in der festen Überzeugung, dass er uns gibt, was er uns verspricht, wenn wir bei ihm sind und ihn erfüllen. Ich weiß, dass sich alle Sorgen um diejenigen machen, die nicht an das Wort der Heiligen Schrift glauben wollen, aber Brüder, vor allem diejenigen, die die heilige Dreifaltigkeit nicht lieben und anbeten, werden irgendwann das Bedürfnis nach der göttlichen Liebe verspüren und zur Herde zurückkehren. Gebete, die aus dem Herzen kommen, werden immer erhört. Brüder, ich lade euch ein, zu beten. Heilige Dreifaltigkeit, ich bitte dich an, ich verherrliche dich. Und durch wie viele Gebete habe ich dich nicht angebetet. Ich bitte dich in dieser Gegenwart an und leiste Wiedergutmachung für deine heilige Majestät. Heilige Dreifaltigkeit, ich flehe dich an. Hilf mir, dass ich in allen erschaffenen Dingen auf dich schauen kann. Du wohnst in mir und ich erkenne dich nicht. Wie kann ich dein Geschöpf sein, ohne dich zu kennen? Ich brauche dich, um zu wissen, mich zu lieben. Und meine Mitmenschen richtig zu lieben. Ich muss es vollbringen, dich zu lieben, denn du wohnst in mir. Heilige Dreifaltigkeit, mich dürstet und hungert es nach dir. Aber wie kann ich meinen Hunger stillen, wenn ich dich nicht finde? Wie soll ich nicht dürsten, wenn ich nicht von dem lebendigen Wasser trinken kann? Heilige Dreifaltigkeit, deine Hilfe ist beständig. Gegenüber der Menschheit. Du fällst wie Tau auf alle. Du liebst alle in gleichem Maße. Aber wir vergelten es dir nicht alle. Als Gott, du klopfst immer wieder an meine Tür und ich öffne dir nicht. Heilige Dreifaltigkeit, wir haben lange gewartet. Aber jetzt, wo wir uns auf so viele Erfüllungen zu bewegen, müssen wir uns fragen, ob wir bereit sind. Heilige Dreifaltigkeit dieser reue Gesünder, dem du so viel Liebe gegeben hast, bittet heute um deine Vergebung, für mich und für die Menschheit. Denn wir gehorchen nicht und sind vom Zorn ergriffen. Und vergessen dabei deine unendliche Barmherzigkeit. Komm, heilige Dreifaltigkeit, erfülle mich mit dir. Damit ich, in dir lebend, dich mitnehme, wohin ich gehe. Dass du meine Augen, meine Füße, mein ganzes Herz bist. Mein Verlangen und mein Mund, um dich so anzubeten, wie du es verdienst. Komm, sei mein Licht, sei meine Sonne, sei meine Gedanken. Sei meine Vernunft und mein Gefühl. Mit einem Wort, sei mein ganzes Wesen. Komm, heilige Dreifaltigkeit, um in dir zu wohnen. Amen.